Das Face des Open Faces Obergurgel-Hochgurgel gilt nicht umsonst als eines der herausforderndsten Faces der Szene. Am vergangenen Wochenende setzte der Hangerer aufgrund der schwierigen Witterungsverhältnisse noch einen drauf. Ein Fall für einige der stärksten Rider der Freeride World Qualifier Tour, die beim letzten Vier-Sterne-Qualifier auf europäischem Boden auch noch um die begehrtesten Startplätze in der Freeride World Tour kämpften. Alles abgecheckt. Jetzt kann es losgehen. Stark präsentierten sich in Ötztal einmal mehr die heimischen Rider, allen voran ein Tiroler Premieren-Sieger. Ausgerechnet auf dem schwierigsten Face der gesamten Saison jubelte ein Tiroler über den ersten Contest-Sieg seiner Karriere. Der Fieberbrunner Clemens Bergmann bewies nach seinen beiden Podestplatzierungen in Silbretta, Montafon und in der Axa Malizum weiter seine ansteigende Form. Es war relativ schwierig zum Fahren. Also das Face ist wahnsinnig anspruchsvoll da in Obergurgel. Aber ich muss sagen, es ist mir ganz gut aufgegangen. Ich fühle mich definitiv fett, stoked und gut, muss ich sagen. Also, es ist geil. Zeitvoll. Kontrahent Thomas Feuerstein landete auf Rang 3. Platz 2 ging an den Franzosen Michael Bambö, der den Hangerer gleich zweimal in Angriff nahm. Auf dem Snowboard, aber auch auf Skiern. Bei den Skidamen feiern die starken Französinnen einen Dreifach-Sieg. Chloé Romoyat setzte sich vor Landsfrau Loré Veilly und Samantha Bernot durch. Das Face ist großartig. Für mich ist es wirklich einer der besten Kontesten der Qualifikationen. Ich bin wirklich glücklich, dass es einer der besten Kontesten gewinnen wird. Bei den Snowboarderinnen zeigte die Finnen Michaela Holsten einmal mehr, warum sie sich den Startplatz in der Freeride World Tour für das kommende Jahr bereits vor Saisonende sichern konnte und setzte sich gegen die Russin Anna Ornova durch. Auf Rang 3 landete als beste Österreicherin Manuela Mandl. Also ich freue mich voll, dass ich heute da bei Open Faces mitgefahren bin, weil vorher habe ich es halt nicht geschafft bei einem Contest heuer mitfahren. Und letztes Jahr bin ich dafür ganz viel Open Faces gefahren und es taugt mir halt voll, weil es ist immer sehr familiär und lustig organisiert und es ist immer extrem nett. Alle sind immer so nett. Die Veranstalter sind trotz der schwierigen Witterungsverhältnisse sehr zufrieden mit dem letzten Open Faces-Bewerb. Aber die Vorbereitungen für die nächstjährige Auflage laufen bereits auf Hochtouren. Trotz einiger Verzögerungen feierten die vielen Zuschauer auf der Hohe Mutalm das Freeride-Spektakel. Dank Live-Übertragung der Runs auf Video Wall versäumten die Zuschauer auf der Hohe Mutalm nichts. Auch im Ötztal war man mit der Organisation des Events, der die Freeride-Kompetenz von Obergurgel untermauert, sichtlich zufrieden. Wir freuen uns, dass wir heuer zum zweiten Mal jetzt die Welt-Elite der Freerider bei uns zu Gast haben dürfen. Und der Contest ist super gegangen. Wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr.